So Leute, ich begrüße euch ganz recht herzlich zurück zu Pokémon Revolution Online. Wir haben beim letzten Mal den Park der Freude erforscht und haben festgestellt, dass wir hier gar nicht in die Arena reinkommen. Weil dürfen wir noch nicht. Dementsprechend müssen wir uns erstmal hier rechts die Route lang kämpfen. Und das sollte ja jetzt auch nicht das größte Problem sein. Ich hätte Fulcano vielleicht mitnehmen können, macht aber nichts. Dich haben wir besiegt, ne? Ja. Was gab es denn hier für Pokémon? Gab es hier irgendwas, was ich haben wollte? Sieht nicht so aus. Vielleicht so ein Trassler, aber... Muss nicht. Die beiden... Standet ihr nicht gestern nebeneinander? Vorgestern? Wann auch immer ich aufgenommen habe. Letzter Part für euch gestern auf jeden Fall. Zwei Hypertränke. Joa, wenn es die umsonst gibt, da sagt man nicht nein. So, den Jogger, den hatten wir glaube ich auch besiegt, ne? Ja. Der würde uns sonst jetzt anlabern. Sehr schön. Wie sieht es mit dir aus, Jogger Paul? Laufen startet meinen Tag. Oder mit Laufen startet meinen Tag. Ja, das ist schön. Meiner nicht. Meiner startet mit Aufwachen. Dann Meisen mit Strom anmachen und dann mit PC anmachen. Joa. Das ist mein Start in den Tag. Und dann... ...ruhe ich mich im ersten Moment aus und dann... ...wird aufgenommen. Du hast mich hier überholt. Immer doch. Okay. Dieser Wohnwagen stand da nicht. Nicht im Original-Spiel. Sheer for... ...when K's self-garner... ...der macht keinen Sinn. Das... ...meck'n... ...met... Also... ...K verkaufen werde. Es ist auf jeden Fall ein Yoda-Verschnitt. Das hat man gleich gemerkt. Aber ich kann es nicht genau übersetzen. Trainer-Tipp. Äh... Was sind denn Potholes? Was sind denn Potholes? Natürlich. Immer. Immer. Mach den lieben langen Tag nix anderes als mich gut um meine Pokémon zu kümmern. So gehört sich das ja auch an Psycho gegen Psycho. Psycho gegen Psycho, das ist... Ach. Warum sagst du nix? Rede nicht mit mir. Ich bin beschäftigt. Ich möchte Arceus Shiny fangen. Leute sollten niemals ihre Träume aufgeben. Arcanin01. Hat sich da etwa ein Entwickler mit Username verewigt? Ich weiß es nicht. Oder eine Entwicklerin in diesem Fall wahrscheinlich eher. So. Oh. Achso, ich komme hier einfach vorbei. Okay. So, das Item nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein Elixier. Wir nehmen aber den Langer auch mit. Lambda. Ein griechischer Buchstabe. Warum nicht? Kannst du den Wind föhlen? Gerade nicht. Nee, mein Fenster ist zu. Ich muss noch einkaufen gehen. Fällt mir gerade mal ein. Ich habe nichts mehr zu essen. Typische Überlegung. Was ist schlimmer? Kann ich mal einkaufen gehen? Oder Geld für Essen ausgeben? Also bestellen, meine ich jetzt. Wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, eine Pizza bestelle oder so. Ich glaube, dann gehe ich doch einkaufen. Muss ich mal nachher machen. So, weil ich habe eine Nachricht auf Discord. Ich habe gerade keine Zeit. Der Wind hat mir gesagt, ich würde verlieren. Was ist das? Hat er das? Wenn der Wind dir solche Sachen sagt, dann ist er auch nicht dein Freund. So. Oh, jetzt hör mal auf mich zu zu spammen. Sag mal. Es hört nicht auf. Wenn es so weiter geht, muss ich gleich mal raus tappen. So. Aber ich will auf jeden Fall hier noch ein bisschen was zusammenkriegen. Leute. Hier ein bisschen was hinkriegen. Das hier ist der verlorene Turm. Äh, lass deine Seele nicht darin zurück. Mario, was erzählst du denn so? Ich bin hier, um meine dahingeschiedene Frau zu besuchen. Ja, erinnert ihr euch noch? Hier habe ich damals tatsächlich meine Pokémon begraben. Aber ich kann euch nicht mehr sagen, an welchem Grabstein das genau war. Buh. Buh auch dir. Ja. Das lief gut. Das lief sehr gut. Gleich mal, zack, Kadabra weghauen. Oh, gibt aber ordentlich Erfahrungspunkte, wenn ich das viel zerfetze. Wenn es hier immer so viele Erfahrungspunkte gibt, ja, dann lässt sich hier ganz gut trainieren. Da muss ich aber dringend mal echt Dings nachholen. Unser Fucano, weil das ist ja nur Level 23. Das kann hier ja sonst nicht mithalten. Wenn ich das jetzt zurücklasse. Und du bist nicht überrascht? Nicht wirklich, ne? Es tut mir leid. Ein Ovalstein. Ja, den brauche ich nicht. Aber ich habe ihn trotzdem. Na, Eroass, das ist eigentlich eine ganz coole Attacke. Da bringe ich mal statt Tackle bei. So, dann gehen wir gerade noch mal ins Pokémon. Denn wir haben ja sonst nichts zu tun. Aber das ist halt mehr so ein Ort für Kadabra eigentlich. Weil... Geschwindigkeit... Spezial, ich weiß gar nicht mehr, speziell Angriffe gibt, glaube ich... Nebulak, also... Zubatski im Tempo, das ist halt genau das, was man für einen Kadabra braucht. So... Da... Da, 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 da... Ja... Immer diese Musik. So... Wir erklimmen den Turm heute, das sage ich euch. Und wenn ich mich hier durch Zubats metzeln muss... Und ich meine, theoretisch kann ich ja auch Fucano Offscreen trainieren. Habe ich ja schon öfter gemacht. Habe jetzt auch wieder Zeit. Da geht das. Hallo Kind. Tut mir leid, ich bin nicht in der Stimmung zu kämpfen. Ich habe einen meiner wertvollen Verwandten verloren. Das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Einen Verwandten zu verlieren ist immer eine tragische Sache. So, wir gehen aber gleich weiter nach oben. Pokéfan Leonard. Moin. Hast du einen speziellen Pokémon-Typ, den du besonders liebst? Joa, ich mag Geister- und Drachen-Pokémon besonders. Und wie sieht es mit dir aus, kleiner Leonard? Leonard, ich weiß nicht, wie man dich ausspricht. Was gibt eigentlich so einen Pikachu? Gibt das Geschwindigkeit oder gibt das Spezialangriff? Können Sie das letzte Raichu gerade mal beobachten? Das gab gar nichts, das heißt, es überlebt. Speed, okay. Reflektor, ne Reflektor will ich nicht. Es scheint, ich muss meinen geliebten Pokémon mehr Training geben. Ja. Das musst du. Ein Beleber. Das ist doch schön. Und so sarkastisch an einem Ort wie diesem. Ein Beleber auf einem Friedhof. Das finde ich, ist irgendwo nicht richtig. Ich benutze nur starke Macho-Pokémon. Willst du kämpfen? Richtig. Ich sehe dieses unglaubliche Macho-Pokémon. Das hast du nicht erwartet. Da hat er recht. Kann ich ihm auch nichts anderes sagen? Er hat recht. Das habe ich nicht erwartet. Poké-Fan-Ariel. Kriegst du Waschmittel oder was? Los, Evoli! Stimmt, hätte ich eigentlich Dings vorpacken können. Fucano. Ich kann auch Fucano jetzt benutzen. So, und jetzt werden wir schön wieder runterlatschen, um uns zu heilen. Oh nein, mein Evoli! Ja, Staravia ist auch schon viel zu hoch vom Level her. Aber man levelt halt so schnell. Ich finde, es geht wirklich total fix hier. So, gegen die Zuwads nehmen wir mal Luxio. Im Notfall, falls Geister kommen, hat er ja auch bis drauf. Das war eigentlich nicht das, worauf ich ihn trainieren will, aber ich habe ja schon öfter gesagt. Hier braucht man gar nicht drauf. Guck, was gibt es denn, Dua eigentlich? Das würde mich jetzt mal interessieren. Speed, aha. Eigentlich achte ich da nicht drauf und ich will auch eigentlich gar nicht damit anfangen, aber ich denke mir immer, wenn ich trainiere, kann ich auch das mit trainieren, so ein bisschen. Man muss ja nicht drauf speziell bedacht sein. Und man kann das ja auch resetten und so weiter. Also, es ist alles nicht so wild. Und ich mache ja eh kein PvP. Wir wollen ja nur Spaß haben auf unserer Reise. Aber ich befürchte, die Top 4 hier wird richtig hart. weil schon der Hinweg war hart. Und wenn es schon so schwer ist, hier überhaupt hinzukommen, will ich nicht wissen, wie schwer es ist, hier wieder rauszukommen. Von daher befürchte ich erst mal das Schlimmste. Genauso wie mit der nächsten Arena. Die wird, glaube ich, auch mal wieder etwas härter, obwohl ich glaube, wir sind wirklich gut gelevelt. Und hier kann ich ja auch wieder leveln ohne Ende. Aber ich will das gar nicht. Ich will nicht so viel überleveln. Wir haben ja bis jetzt noch keinen Kampf verloren, seitdem wir diese Region betreten haben. Das möchte ich uns mal zugute halten. Weil wir haben immer noch die ganze Kohle. Und das ist doch schon mal nicht schlecht. So, was gibt es denn hier? Drei Superbälle und erst mal mit Bob kämpfen. Ich werde dich Beth nicht anfassen lassen. Ich will Beth gar nicht anfassen. Was will ich denn von Beth? Also ja nicht mal Lady Macbeth. Einfach nur Beth. Psycho Cut. Besser als Psiwellen. ist es auf jeden Fall. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich sich Beth anfassen lasse, wenn ich verliere, oder? Ja, es ist schon wahr. Möchtest du sehen, wie schnell mein Pferd ist? Look at my horse. My horse is amazing. Entschuldigt. War so ein Gedanke. Einfach ignorieren. Habe ich so manchmal. Scheinbar ist mein Pferd nicht schnell genug, um deine Pokémon zu schlagen. Ne, irgendwie nicht. So, jetzt will ich aber mal gucken, ob Spezialangriff oder Spezialverteidigung. Spezialangriff. Okay, habe ich mir doch richtig gemerkt. Alles gut. Hat mich bloß interessiert. So, dann würde ich aber sagen, ich beende diesen Part an dieser Stelle mal. Und ob wir die Lesbe besiegen oder nicht, das seht ihr dann im nächsten Part. Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal, wenn es ja weitergeht, mit Pokémon... Revolution Online. Also, bis dann. Euer Wolf.